Warum ist nur Hamster aus dem Hubschrauber gefallen? Ja, scheiße, ne. Als sie jetzt alleine weiterspielt. Ähm. Wismar, gehst du mal wieder auf? Wir haben keine Waffen, das ist cool. Schrrr, wie macht ihr das? Nein, mach ich auf. This is Stone, Wilson's Chopper is down. Repeat. We are down! I need Extraction! HQ! Quinn! Come in! Fehlerfunktion, der Kommunikation, okay. Ist der Sandwurm jetzt vielleicht der Endboss, der uns das ganze Spiel schon begleitet? So, ich laufe mal Hamster hinterher. Meins! Ein Forscherkammer, cool. Immerhin etwas hier. Was, wo ein Hammer? Wo ist ein Hammer? Da ist noch ein Hammer. Du bist der Hammer, ha. Pole. Da ist kein Zeug. Da ist bestimmt rausgeflogen, als wir abgespitzt sind. So und so, wie ich nachgedacht und so. Rotflinte! Wo denn? Go here! Go here! Ja! Ich meine, wenn ich sie hab, dann habt ihr sie bestimmt auch. Guck mal da. Go here! Go here! Go here! Aua! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Aber ich hab ne Pristole. Geht weg! Ah, was haben wir denn da alles? Ah, was haben wir denn da alles? Gott sei Dank, man gibt es ne Pumgap! Aber Vorsicht, am Gerät! Aua, hat mich so'n kleines Whisky getötet, ey. Sehr nett. Geht weg! Geht weg! Ah, jetzt habt ihr sie auch da! Das ist auch konig. Bei mir waren sie dann nicht mehr da und bei euch ist sie dann doch wieder da. Alter! Das war's für mich. Oh! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Das ist aber... Deinig! Ach die Scheiße! Stummgewehr! Wo ist das Stummgewehr? Wo ist das Stummgewehr? Mein Stummgewehr! Handradartes Stummgewehr! Na! Hast du wohl den Kopf verloren? Du auch? Aua! Da ist so'n Fettsack! Guckst du wieder? Sorry! Ich kann mich nicht verwegen! Wieso? So! 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 Quämm! Du bist in Haft! Na! Dieser Fettsack! Aua! Ich kann mich nicht im Nahkopf zu schön! Aua! 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 Guck mal! Aua! 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 Gutschraube. Gutschraube, oder du? Der Typ ist bestimmt tot, oder? Ich guck mal. Wo ist der Gutschraube denn? Da ist ne Menge Zeug. Ja, der Typ sieht ein bisschen eingeklemmt aus. Oh ja. Geht's dir gut? Boah, Gnus. Hallo, geht's dir gut? Kann man noch die zweite Schraube finden? Falsch. Gutschraube. Gutschraube. Hüffel, hier ist ein dickes Viech. Mann, Hüffel, komm raus. Man kann ja auch über drei Menge. Au. Ich bin der Hammer. Ich bin der Pistole. Ich bin der Schroßviertel. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Okay. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich ertöten. Ich ertöten. Und wahrscheinlich... ...nen Weg daraus finden. Die Frage ist nur, wo es weitergeht. Ich laufe mal Hamster hinterher. Ich laufe immer vor und die laufen mir nahe. Da geht's wahrscheinlich weiter. Ja, sieht so aus. Außer wir werden von uns Sandburg getötet, dann wissen wir, wir sind falsch. Schnee, wir sind richtig. Ey, jetzt warte doch mal auf mich. Ja komm, du schaffst das schon. Auch wenn du manchmal zu spät kommst. Ha, 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 ha. Ich hab ihn auch nicht. Haben ja, ich hab ihn auch nicht. Haben ja, ich hab ihn auch nicht. Das sind zu viele, das sind zu viele, das sind zu viele, ah! Na komm mal hier oben, ich bin oben. Verdammt! Ah, Mann! Hust, Hust, Hust! Hast du das so? Husten oder so? Ja, auch. Wo denn? Und wo seid ihr schon wieder? Oh. Bäh. Wir haben uns doch vor dem Temple hingestellt und sterben. Da bin ich erst. Wie kommen denn da rein? Wie kommen denn da rein? Wie kommen denn da rüber? Mach mal kein Außenrum. Hey, Minigam ist gefunden. Cool. Für die Minigam, na geil, dass ich sie hab. Oh! Jetzt wollte ich schon doppelt wehdrücken zum Sprinten. Noll. Also in meinem Sprint kommst du rauf. Oh nein, da ist so ein Flieger-Arschloch. Flieger, griff mir die Sonne. Oh! Oktopole. 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 Gleich zwei davon, hab den Knall. Oh, hier drin kann man sich verstecken. Cool. Ach, hi! Hey, Raketenwerfer. Die Raketenwerfer. Wo Raketenwerfer? Da, ich hab Raketenwerfer. Wir treffen uns. Ach, guck mal hier. Komm mal zu uns. Aua. Ach, da ist noch einer. Es sind zwei, hab ich doch gesagt. Ja, was? Keiner hört mir zu. Ja, doch, aber ich dachte, der wäre irgendwo anders. Und wir ziehen uns, weil ich Sonne mich blende. Oh, ich hab schon getötet dafür. Wo habt ihr denn Raketenwerfer her? Komm doch einfach zu uns, da liegt er. Oh, ne Sonnenfliegen. Alter! Jetzt kommt nicht rein, dann auch noch. Was geht's euch? Hast du ihn? Ja. Volt. Ah, ich hab noch was gestritten. Was ist das denn? Ist das noch ein Sturmgewehr oder was? Ich glaube, ich sitze es ab. Noch mal Sturmgewehr. Geht's hier raus. Also, wenn du die Minigun findest, die nehme ich auf jeden Fall. Ja, wär's auch mit dabei. Oh, da müssen wir lang. Okay. Wo lang? Da, wo der Skorpion ist. Da, wo der Skorpion ist. Da, wo der Skorpion ist. Vollkampf da einfach mal. Ich weiß auch nicht, wo's lang ist. Ach, guck mal, da ist Zeug und da geht's hoch. So. Ähm, ja, da sieht's aus wie so Party-mäßig. Gleifeln. Ich lebe mir nicht setzen nicht. Prima. Wirklich, 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 wirklich. Gleifeln. Will nicht, weggehen! Oh. Hier sieht Zerland auch aus, als würden wir... Ach du scheiße. Mama! Geh die weg! Ich nehme weg. Ach du Scheiße, was geht denn bei dir? Das ist diese Halt. Die Susan. Große Parten. Auch. Ich habe die weggeblasen. Jetzt fängt das schon wieder an. Alter. Ihr habt doch einen Knall. Man kann es auch übertreiben, Mann. Ein klein wenig. Jetzt kommen wir hier auch noch. Mann. Das ist zu fies. Und da ist ein Wurm. Das Guten? Ah, da ist ein hessischen Wüffel da. Ach nee. Mach ich gar nicht. Alter. Die können sich gar nicht in Schein bringen, sein. Ah lol, der Wüffel hat gerade den Kamikaze in die Luft geschleudert. Das war mit Sieg. Man kann es abisschen übertreiben. Oh. Das war hart. Ich habe nur neben etwas gesehen. Scheiße. Hey, hey, ich habe die Minigun. Komm zu mir, die Minigun. Wo, 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 ach da. Da ist aber keine Minigun. Wo ist deine Minigun? Doch, da ist meine Minigun. Wo ist denn eine Minigun? Ach, da ist eine Minigun. Geil. So, mit meiner Minigun da fühle ich mich wieder sicherer. So. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Alter. Ach, warst du da? Das Geile war, ich habe das Vieh getötet und danach er dich. Da hinten ist noch irgendwas Grünes. Sorry. Na, ist mir ein schum Gewehr. Ne, ich habe meine Minigun, mit der bin ich glücklich. Doch, mein, äh... Mehr brauche ich nicht. Okay, mir... Also, langsam geht mir diese Wustruine auf die Nerven. Alter, da war kein Flieger, ne. Nein, die ging direkt auch nicht. Oh. Oh. Ach, du Scheiße, ach du Scheiße, Leute. Ach, du Scheiße, ohne Bitch. Die Bitch hat mich, die Bitch hat mich, ich bin tot. Hatten wir die auch schon? Was nicht? Den Granatwert, oder... Oh. Oder so ein bisschen so aussieht wie... wie eine Pumpgun. Wahrscheinlich eine Shotgun. Alter, was der hell? Ey, ich will mal eine Shotgun wieder. Ich will mal eine Shotgun. Ja, das ist wahrscheinlich noch. Drücken wir uns nochmal auf 3. Ja. Habt ihr einen Knall? Ach, da ist ein Luftschrauber. Ja, es geht mir. Ja, es geht mir. Jetzt kommst du. Uuuuuh. Scheiße. Come on. Der wird explodiert werden. Hat sich geschwellt. Das sind zu viele. Fick dich. Ich hab keine Lust mehr. 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 Ja, aber... Ver Riddle. Da ist noch so ein... So ein Kriegel-Fett-Kram. Komm, wer schnell... Wer, wer schneller läuft. Kamikazes oder ich. Wee! Wee! Oh, scheiße. Äh. Ich mach... Ich mach Hürdenlauf. Wui! Wee! Hä? Oh, du Kacke! Das sind zu viele. Das sind... gibt es dann weiter eine spalte sagt bescheid wird das spiel dieses beispiel da sind wir gerne wenden dafür müssen wir das kapitel ich bin ich bin ich bin viele ich wollte eigentlich das sind jetzt zu viele das sind echt zu viele also wo bist du eigentlich schon wie bist du an den vorbeigekommen ich lauf doch nur geradeaus und sehen eingang vielleicht löst du eine zwischensequenz aus jetzt nerven mal die alter ich habe habe ich nicht gesehen habe dann fürs nächste mal bis dann ich habe